Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne sieben unterschiedliche Wege vorstellen, wie du mit deinen Büchern online Geld verdienen kannst. Ich möchte mit dir aber heute nicht nur über das Thema Amazon Kindle sprechen, sondern ich möchte dir einfach mal Alternativen zu Amazon Kindle zeigen und euch so grob meine Meinung zu den unterschiedlichen Einnahmequellen geben. Ich möchte vor allen Dingen aber auch darauf nochmal hinaus, was man machen kann, wenn man bereits ein Buch auf Amazon Kindle hat und ich möchte euch so grob zumindest skizzieren, welche Schritte man gehen kann, um nochmal seine Einnahmen zu erhöhen. Bevor ich das aber tue, auch nochmal eine persönliche Empfehlung von mir an euch und das ist das Buch hier nämlich von einem von meinen Coaching-Teilnehmern, nämlich von Uwe. Das Buch nennt sich 25 Wege online Geld zu verdienen und er hat halt in diesem Buch, wie es sich vielleicht schon aus dem Titel erahnen lässt, aufgezeigt oder er schreibt praktisch, wie man sich unterschiedliche Einnahmequellen aufbauen kann und ich denke, dass euch dieses Buch hier auch sehr gefallen wird. Ein Link zu diesem Buch befindet sich in der Videobeschreibung. Aber fangen wir mal an mit dem eigentlichen Thema vom heutigen Video. Ich denke, viele von euch haben sicherlich schon mal darüber nachgedacht, ein Buch auf Amazon Kindle zu publizieren und das ist auch, denke ich mal, keine schlechte Idee. Amazon Kindle an sich ist eigentlich die größte Plattform, was E-Books angeht. Es kann gut sein, wenn du ein Buch publizierst, dass du damit sehr viel Erfolg haben wirst. Es gibt auch sehr viele Bücher, die performen nicht besonders gut und man muss halt einfach gucken, dass man ein Buch nach dem anderen rausbringt. So maximiert man halt seine Einnahmen hier auf der Plattform. Natürlich spielen aber noch ein paar andere Dinge eine große Rolle, zum Beispiel halt Traffic, woher kriegst du beispielsweise die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden. Es kommt natürlich auch aufs Thema drauf an. Also wie ein Buch performt, hängt immer so ein bisschen auch davon ab, sag ich jetzt mal, wie smart man tatsächlich Amazon angeht und vor allen Dingen, ob man vorher schon Reichweite hatte oder nicht. Was ich euch heute hier zeigen möchte, ist einfach nur Folgendes, nämlich wie ihr aus Amazon, beziehungsweise aus eurem Kindle-Buch, auch nochmal weitere Einnahmen rausholen könnt. Fangen wir doch erstmal mit den unterschiedlichen Einnahmequellen an, beziehungsweise den unterschiedlichen Alternativen zu Kindle-Publishing an. Die erste Alternative ist diese hier namens IngramSpark. Ich muss zuallererst, bevor ich das überhaupt erst bespreche, euch offen und ehrlich sagen, dass ich mit IngramSpark derzeit kein Geld verdiene. Es liegt vor allen Dingen daran, dass ich von IngramSpark erst vor ziemlich genau zweieinhalb Wochen gehört habe und ich hatte das ja schon mal in einem von meinen anderen Videos mit euch geteilt, nämlich ihr könnt gerne mal bei YouTube eingeben, IngramSpark Earnings und da werdet ihr Leute finden, die ich glaube derzeit über 10.000 Dollar im Monat machen mit IngramSpark und die zeigen das auch direkt in diesen Videos. Das heißt, es gibt da wirklich Leute, die haben ihre Einnahmen von Amazon Kindle durch IngramSpark extrem maximiert. Nämlich was du praktisch machen kannst, ist folgendes. Du kannst halt hier jederzeit deine Bücher hochladen und deine Bücher können dann auch mal als, sag ich jetzt mal, physische Form verkauft werden. Wir können ja mal hier auf How the Works klicken. Du hast zum einen, wie gesagt, die Distribution, aber du hast zum anderen auch, wie gesagt, die Möglichkeit, deine Bücher weltweit zu verkaufen. Du kannst aber deine Bücher nicht nur in Online-Stores verkaufen, sondern halt auch in ganz normalen, richtigen Bücher-Stores, also Bookstores, dann Chain-Stores, das heißt irgendwelche Ketten, sag ich jetzt mal, die Bücher verkaufen. Im deutschen Bereich wäre das zum Beispiel, denke ich mal, Thalia und dann natürlich auch noch mal Bibliotheken und auch noch mal Universitäten. Das heißt, deine Bücher werden praktisch weltweit verkauft und das nicht nur online, sondern Printbook. Für viele von euch wird nämlich Online-Distribution nicht unbedingt so sinnvoll sein, weil ihr habt ja eure Bücher bereits auf Amazon Kindle drauf und möglicherweise habt ihr eure Bücher im KDP-Select-Programm drin. Nämlich KDP-Select ist eine Einnahmequelle, die halt wirklich, wirklich sinnvoll ist. KDP-Select bedeutet einfach nur, dass wenn du dein Buch auf Amazon Kindle hochlädst, dass du dann halt 70% der Einnahmen bekommst. Und daran ist, wie gesagt, nichts falsch und das ist eine sehr, sehr gute Sache, dies zu tun, bloß du verlierst natürlich auch die Chance, ein großes Potenzial auszuschöpfen. Nämlich du darfst, wenn du dein Buch bei KDP-Select drin hast, dein Buch nicht digital auf anderen Plattformen anbieten. Das heißt, für Ingram Spark würde sich dann halt vor allen Dingen die Printbook-Distribution-Partnerschaft lohnen. Und das ist halt eine von den einzigen Plattformen, die ich persönlich in diesem Bereich kenne, die tatsächlich Printbook-Distribution anbietet. Warum genau ist das so wichtig? Nämlich, ihr kriegt ja dann, wenn ihr euch auf Amazon Kindle anmeldet, weiterhin eure 70% im KDP-Select-Programm und ihr könnt halt da, dass Amazon erlaubt, auch eure Bücher hier auf Ingram Spark hochladen und könnt nochmal eure Printbook-Sales extrem maximieren, sodass ihr dadurch nochmal einige Einnahmen generiert. Das heißt, es ist praktisch kompatibel zu KDP-Select, was eine wirklich, wirklich super Sache ist. Nämlich, ihr könnt natürlich schon euer Buch hochladen und versuchen zu verkaufen über die Online-Distribution-Partners, aber dann würde höchstwahrscheinlich Amazon sagen, naja, tut mir leid, aber wir müssen halt dein Buch runternehmen oder zumindest aus dem KDP-Select-Programm rausnehmen, weil du halt gegen die Richtlinien vom KDP-Select-Programm verstößt. Wenn du aber hier nur auf Printbook-Distribution-Partners gehst und du hast praktisch dein Buch nur in diesem Distribution-Prozess drin, dann wirst du nicht gegen die Richtlinie von KDP-Select, sag ich jetzt mal, verstoßen und kannst da weiter im KDP-Select-Programm drin sein und zur selben Zeit deine Einnahmen erhöhen. Und genau deswegen finde ich Ingram Spark so unfassbar attraktiv und genau deswegen werde ich da auch definitiv meine Bücher hochladen. Ich muss es steuerlich nochmal vorher erklären, wie es genau funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass sie halt wieder von mir ein W8-Formular haben wollen und das, wie gesagt, die halt hier Nettoerlös ausbezahlen, aber ich lasse das, wie gesagt, erstmal checken und dann mache ich nochmal ein Video drüber und teile euch das Ganze mit. Dann eine weitere Plattform, über die du jederzeit deine Bücher publizieren kannst, ist diese hier, namens Publish Drive. Bei Publish Drive muss man aber auf Folgendes achten. Nämlich Publish Drive ist halt eine Plattform, die es uns zum Beispiel auch erlaubt, im Google Play Store zu sein. Es erlaubt es, unsere Bücher auch zum Beispiel nach China zu verkaufen, was auch bei ganz, 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 ganz wenig Plattformen der Fall ist. Nämlich, wenn ihr beispielsweise nochmal auf Ingram Spark geht und ihr schaut euch an, welche Distribution-Modelle es gibt und ihr geht auf die Online-Distribution-Partners drauf, dann werdet ihr sehen, dass dies praktisch die Plattformen sind, wo die Bücher publiziert werden, wenn sie online publiziert werden und keine davon sitzt in China. Oder gehen wir mal zu einer anderen Plattform, nämlich zum Beispiel diese hier, namens Smashwords. Du kannst nämlich auch über Smashwords publizieren und du wirst sehen, dass alle von diesen Plattformen, auf denen, sag ich jetzt mal, Smashwords für dich verkauft, dass keine von denen in China sitzt. Das heißt, der große Vorteil ist, hier mit Publish Drive, dass du einen gigantischen Markt targetieren kannst, den du mit keinem anderen mir bekannten Tool, so wie du dich targetieren kannst, was eine wirklich, wirklich super Sache ist. Genau deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan von Publish Drive. Ich muss bloß einfach mehr Bücher publizieren, damit es sich für mich auch lohnt, ein paar Bücher, sag ich jetzt mal, bei Publish Drive drin zu haben, ein paar Bücher bei Kindle, ein paar Bücher außerdem bei Ingram Spark, außerdem in der Online-Distribution und so weiter und so fort. Also es geht einfach nur darum, dann meine Bücher zu nehmen und auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Plattformen zu publizieren. Natürlich bedeutet das aber auch im Umkehrschluss, dass ich sehr viele Bücher haben muss und dass sich manche Bücher vielleicht nicht so sehr lohnen werden wie andere. Dafür schaffe ich es aber, mit bestimmten Büchern mir eine Einnahmequelle aufzubauen, die ich sonst hätte nicht aufbauen können. Also bei mir ist einfach nur die Devise, mehr Bücher machen. Okay, nämlich Publish Drive an sich ist auch wieder ein Online-Tool, das es uns erlaubt, über alle möglichen Plattformen zu publizieren und das Schöne ist hierbei, dass wir 100% von den Einnahmen erhalten, aber es kostet halt ein bisschen was, diese Bücher hier hochzuladen und wir sehen halt hier, dass es praktisch die Tryout-Version gibt, aber normalerweise ist es halt 19,99$, um auf diesen unterschiedlichen Plattformen hier zu publizieren und wir können bis zu 5 Bücher für 19,99$ hochladen und dann gibt es halt den Pro-Plan, da können wir bis zu 50 Bücher hochladen und dann gibt es auch nochmal diesen Plan hier, da können wir bis zu, genau, Custom Number of Titles, ich denke mal, das ist so, da kannst du eigentlich so viele hochladen, wie du möchtest und sicherlich gibt es dann auch nochmal irgendwelche Enterprise-Versionen. Also so funktioniert es halt hier bei Publish Drive und das ist auf jeden Fall auch eine Option, die ich wirklich, wirklich interessant finde und wir sehen es auch übrigens hier, 400 Stores Globally, das heißt, du kannst dir auch ganz genau anschauen, wo deine Bücher hier verkauft werden und das sind natürlich hier zum Beispiel Plattformen wie Dangdang, die halt in China unterwegs sind und wo ich glaube, dass du eigentlich mit keinem anderen Tool auf diesem Plattformen hier publizieren kannst. Genau und deswegen, wie gesagt, bin ich ein sehr, sehr großer Freund hier auch von dieser Plattform oder von diesem Tool namens Publish Drive. Es gibt natürlich noch andere Optionen und die hatte ich gerade schon mal angeschnitten, nämlich, oder kurz angesprochen, nämlich diese hier namens Smashwords. Bei Smashwords ist es ganz genau so, dass du praktisch dein Buch hochlädst und Smashwords publiziert dann deine Bücher über zum Beispiel Plattformen wie Apple Books, Smashwords an sich, also hier Barnes & Nobles, Kobo, Script und so weiter und so fort. Was halt eine gute Sache ist, weil du halt damit dann nicht nur dich auf Amazon verlassen musst, sondern kannst halt deine Bücher über alle möglichen Plattformen publizieren und dementsprechend auch mehr Geld machen. Dann eine weitere Alternative ist diese hier namens Lulu. Lulu hilft dir sogar dabei, dein eigenes Buch zu erstellen. Es hilft dir dabei auch, dein Buch zu drucken. Es verkauft es weltweit und so weiter und so fort. Also hier sehen wir auch übrigens, was es alles für dich tut, nämlich du kannst zum einen halt direkt mit Lulu dein Buch erstellen. Die drucken für dich das Buch. Du kannst das Buch dann weltweit verkaufen. Du kannst es auch durch Shopify verkaufen. Man lernt mehr über das Publishing. Du kannst, genau, alle möglichen, obwohl das ist jetzt eher hier für Kunden. Aber das, wie gesagt, sind halt die vier Optionen, die, denke ich mal, hier am wichtigsten sind. Nämlich du kannst halt kostenlos über die Plattformen publizieren. Du kannst dein Buch drucken lassen. Du kannst halt weltweit verkaufen. Und du kannst auch gleichzeitig über Shopify verkaufen. Da gibt es dann praktisch eine Anbindung. An sich finde ich Lulu ganz in Ordnung. Ich bin gerade derzeit dabei, mein erstes Buch über Lulu zu publizieren. Das heißt, ich kann euch relativ bald, denke ich mal, mehr sagen. Es gibt, wenn man in die Reviews von Lulu reinguckt, ein paar Reviews, die nicht so teuer sind. Ich habe aber auch mit einigen Leuten gesprochen. Und so kam ich damals auf Lulu. Die zu mir meinten, dass Lulu eine sehr, sehr gute Plattform sei. Und ich bin immer so ein bisschen zweigeteilt. Nämlich, es gibt dann einige Leute, die sagen, ich kam damit nicht zurecht. Und andere Leute sagen, ja, das ist eine super Einnahmekölle für mich. Deswegen muss ich gucken, welche Erfahrungen ich mache. Und die werde ich dann natürlich wieder mit euch teilen. Dann gibt es noch zwei Plattformen, die vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich operieren. Nämlich einmal die Plattform Sinsi und einmal die Plattform Fire. Und diese beiden Plattformen ermöglichen es dir, deine E-Books auch nochmal online zu verkaufen. Das heißt, es geht hier vor allen Dingen wieder um E-Book-Distribution. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ihre Bücher hier über die Plattform publizieren. Die meisten Leute machen jetzt nicht unbedingt mit einem Buch mehr als 50 Euro im Monat, was jetzt nicht besonders dolle ist. Aber da ich ja derzeit meine eigenen Ghostwriter habe und halt sehr, sehr schnell Bücher umsetzen kann, denke ich tatsächlich darüber nach, auch nochmal über solche Plattformen hier zu publizieren. Dann hast du auch nochmal Fire. Relativ ähnlich. Da habe ich jetzt auch von einigen gehört, dass sie nicht unbedingt mehr als 50 bis 100 Euro mit einem Buch im Monat machen. Das wäre für mich schon relativ in Ordnung. Nämlich, ich kann zehn Bücher in zehn Tagen rausbringen. Ich weiß, viele von euch werden sicherlich sagen, oh Leon, nicht wieder so ein Kram. Aber wie gesagt, wenn du Ghostwriter hast und du bist auch selbst vielleicht sehr, sehr schnell im Schreiben, kannst du, denke ich mal, ein anständiges Buch, wenn du annähernd schreiben kannst, in tatsächlich jedem Tag rausbringen, wenn das Buch zum Beispiel, sagen wir mal, 15.000 Wörter hat. Da musst du zwar von morgens bis abends schreiben und auch jemanden haben, der vielleicht für dich das Buch formatiert, aber kann man eigentlich schaffen. Deswegen, ich glaube immer, die meisten Leute haben sehr, sehr viel Respekt davon, ein Buch zu schreiben. Die meisten Online-Publishing-Services erwarten von dir nicht, dass du ein Shakespeare bist. Die wollen einfach nur ein anständiges Buch haben zu einem Thema, das den Leuten Mehrwert bietet oder es halt entertaining ist, wenn es ein Fiction-Buch ist. Und genau, du solltest einfach nur, denke ich mal, viele Bücher rausbringen, damit du auch diese unterschiedlichen Wege mal austesten kannst. Was ich mit euch besprechen und besprechen wollte, war aber auch nochmal das hier, nämlich, wenn ihr praktisch euer Kindle-Buch online habt, das heißt, euer erstes Buch wurde über Amazon publiziert, solltet ihr vor allen Dingen auch darauf achten, dass ihr eine Traffic-Quelle aufbaut. Zum Beispiel, dass ihr halt Traffic von YouTube auf das Buch bekommt oder dass ihr halt eine E-Mail-Liste habt oder dass ihr beispielsweise, sagen wir jetzt mal, Online-Kurse unterrichtet und dann probiert ihr über die Online-Kurse Schüler zum Beispiel auf eure Bücher zu bringen, was übrigens ein sehr, sehr guter Weg sein kann. Wenn ihr dann das Buch publiziert habt, dann könnt ihr natürlich zum einen die Bücher ins KDP-Select-Programm reinbringen, was ich euch sehr empfehlen würde und dann halt das in Kombination mit Ingram-Spark und dann natürlich die Print-Distribution, dass also eure Bücher gedruckt werden können und in Bookstores weltweit erscheinen. Und dann natürlich auch nochmal der eigene Vertrieb, der physische Vertrieb halte ich persönlich auch für ganz sinnvoll, dass wenn du wirklich, wirklich viele Bücher schreibst, dass du auch die Möglichkeit Leuten bietest, die Bücher in deinem Store zum Beispiel online zu kaufen und du lässt dann halt drucken beziehungsweise hast dann vielleicht schon mal 100 Kopien drucken lassen und wenn jemand kauft, dann schickst du die praktisch ab. Also grundsätzlich ein eigener Vertrieb halte ich auch für sinnvoll, wenn du auch nochmal eine eigene Traffic-Quelle hast und dann auch nochmal als letzte Möglichkeit Blog-Artikel zum Beispiel Blog-Mission. Es gibt eine Plattform namens Blog-Mission, auf der du jederzeit deine Blog-Artikel publizieren kannst, wo du dann an Firmen ran treten kannst beziehungsweise Firmen treten an dich ran und du kannst dann wie gesagt mit diesen Firmen zusammenarbeiten und Geld verdienen und es ist oft so, dass wenn du zum Beispiel jetzt ein Buch geschrieben hast, dass du auch einfach ein Kapitel nehmen kannst, schreibst das natürlich relativ stark um und machst das einfach zu einem Blog-Artikel und publizierst dann diesen Blog-Artikel über solche Plattformen wie Blog-Mission. Das ist, denke ich, mal ein relativ einfacher Weg, nochmal einiges an Einkommen aufzubauen und genau, mein persönlicher Tipp wäre, dass du halt diese unterschiedlichen Einnahmequellen miteinander kombinierst, nämlich KDP Select mit Ingram Spark, mit einem eigenen physischen Vertrieb und natürlich auch nochmal solche Einnahmequellen wie Blog-Mission. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.